Hallo, ich bin Paula Braxton und ich bin die Autorin von Die Tochter der Hexe, The Witches' Daughter. Ich freue mich, dass mein Buch in deutscher Übersetzwerden ist und das erst in Deutschland am 11. Februar 2019. Die Hauptfigur des Romans ist Elizabeth Hogsmeade, eine fast überblickliche Hexe, die über 300 Jahre alt ist. Die Gesichter finden im 17. Jahrhundert in Dosit, England, im viktorianischen London und Paschendale im Jahre 907 sowie in heutiger Dosit statt. Wenn Sie historische Romane mit ein bisschen Magi mögen, ist vielleicht Die Tochter der Hexe ein Buch für Sie. Wenn Sie Fragen zum Buch haben, schreiben Sie sie bitte in den Kommentaren unten. Willkommen bei meinem kleinen YouTube-Kanal. Ich hoffe, dass Sie Die Tochter der Hexe genießen. Entschuldigen Sie bitte meinen Akzent und schöne Lässe. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020